So, das war das Solo von Gernot Bruchmann, meine Damen und Herren. Aber der will ihn runter und will ihn runter und die Wunscher-Warum, den wir erwarten auf seinen Freund Alex. So, meine Damen und Herren, ich höre gerade, das muss ich zwei Händen ausbauen. Der Gernot Bruchmann und der Alexander Paltzer, das ist einstubiert, das ist jetzt abgesprochen. Wir sehen im Moment, das ist die sogenannte Herstensite Echtzeit. Ich denke, das ist jetzt ein Dauerlapplaus wert, was die zwei hier machen. Sie rennen sich das jetzt ab und das muss man sagen, das ist die Kumpelsee. Kumpelsee, das ist die Kumpelsee, das sind die Kumpelsee, das sind Profis. Das sind die gut einer der besten Piloten der Welt. Das sind die besten Piloten der Welt, das beweist die zwei Weltmeister dieser Gernot. Und das beweist, dass die zwei Herd und Rausen aufhören. Ich habe kurz abgesprochen und ganz weiß ich, dass ich was mache, hast du nicht geholfen? Dr. Samika bitte! Ich bin ein großer Außenlubi! Da sind die Spiegelflug, die Spiegelflugbilder. Und da haben wir einen schönen Weg. Und da drücken sie wieder herum, die zwei Profis. Schauen Sie, dass haben wir einen Applaus für diese beiden Künstler der Lüfte. Spiegelflug und da sind Boden, also gewaltig. Und die Herren haben es in die Kontrolle. Dürfen wir uns eine Figur wünschen? Liegt es in dem Kopf oder nicht? Ja, das ist ein spottvolles Wort, das ist ein spottvolles Wesen, meine Ranschein. Spock oder Wesen, allein darf ich wieder aufhören. So gut, wie bitte, mein Lüfte, ins E-Segene-Einander-Negativ. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Komm schon, komm schon. Applaus für die Lüfte, die Lüfte, die Lüfte! Super! Ja! Ja! Präschensit jetzt alles gegen die Uhr, keine stehende Neun bitte. Okay, Messerflug gegen gleich, bitte. Ja, verlaubens was. Ja, und schuf, der Zeug, ja. Ach, mal drauf, bei den beiden, da brauche ich den Zeug. Schaut euch das an, meine Damen und Herren. Der kreist nicht mehr, der auch preis, denke ich. Wirklich, physicians, und der ganze Technik. Ihr wird es gratulieren, dass ihr für uns könnt eure Künste zeigen. Euer Können. Ist lustig, oder? Jetzt geht es irgendwie doch zurück zu her, aber sie ist so da. Bauen Sie sich leicht anders auf. Egal, wer, das braucht aber nicht. Gut, Brückmann. Aber, thank you. Ohne bei Zau. Ja, Brückmann. Ja, der Messerflug. Ja, der Messerflug. Sie sehen wahnsinnig, wo sie den sind. Das heißt, jetzt kommen wir uns. Und zugleich letzter Punkt für diese Show heute. Ich denke, das können wir jetzt nicht mehr gucken. Aber wir gehen eins, wir gehen in die Halle, weil da sehen wir und begrüßen wir alle. Treffen wir alle Piloten. Wir haben noch eine Ego schon heute. Da werden die einen oder anderen noch fliegen. Aber jetzt Konzentration. Gernot schlägt als erstes auf. Ein Applaus, meine Damen und Herren. Unsere beenden Stars des Tages. Janne Brückmann. Herr Brückmann. Danke.